Sigmund Moritz von Pritwitz war ein preußischer Generalleutnant sowie Herr auf den Gütern Ober- und Unterludwigsdorf im Landkreis Öls. Leben Herkunft Moritz entstammte dem alten, weitverzweigten schlesischen Adelsgeschlechterer von Pritwitz. Er war der Sohn des Gutsbesitzers Moritz Christian von Pritwitz und dessen erster Ehefrau Friederike Erdmund-Eiv. Geborene von Klesel aus dem Hause Land Schütz, Militärkarriere. Pritwitz wurde 1762 als Stendertenjunker im Kürassierregiment von Schlabrendorf der preußischen Armee in Breslau angestellt. Hier wurde er 1764 kornet und am 2. Dezember 1772 zum Leutnant befördert. Anschließend versah er seinen Dienst im Husarenregiment von Werner und nahm 1778-79. am Bayerischen Erbfolgekrieg teil. Am 6. September 1780 folgte seine Beförderung zum Stabsrittmeister und er versah dann seinen Dienst als Eskatronchef im Husarenregiment von Rosenpusch in Konstat. 1787 Beförderung zum Major 1792-93. Teilnahme an der Rheinkampagne als Kommandeur des Husarenregiments von Köhler und Kommandeur der Avangarde des Gor-Hohenlohe-Gefecht Bei Velmi, Kreuznach und Bingen Einnahme von Blieskastel anschließend Garnison in Schlesien. 1796 Beförderung zum Oberstleutnant. 1798 Beförderung zum Oberst. 1804 Ab Dezember Kommandeur des Husarenregiments von Sutter. 1805 Beförderung zum Generalmajor. 1806 bis 1807 Teilnehmer in den Koalitionskriegen als Kommandeur der Vorpostenbrigade des Gor-Lestot-CQ. Sieg über die Franzosen bei Schippenbeil. Schlacht bei Preußisch Eilau. Anschließend Chef des neu formierten Erste-Lei-Pusarenregiment Nummer 1. Am 1. Juli 1813 wurde ihm sein Abschied mit einem jährlichen Gnadengehalt von 1.000 Talern bewilligt. Kurz darauf erhielt Pritwitz am 4. August 1813 den Charakter als Generalleutnant verliehen. Er verstarb am 14. Mai 1822 in Uelz und wurde drei Tage später in der Familiengruft in Ludwigsdorf beigesetzt. Familie Pritwitz heiratete am 4. August 1791 auf Gut Droschgau, Landkreis Namenslau, Luise Wilhelmine Friederike von Poser und Großnedlitz. Sie war die Tochter des Landesältesten und Gutsbesitzers Christian Wilhelm von Poser und Großnedlitz, Herr auf den Gütern Nassadel und Droschgau. Und der aus ihrer ersten Ehe verwitweten Carolina Christiane Riemer von Rimberg. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor, Luise Wilhelmine, Moritz Wilhelm, preußischer Sekundärleutnant A. Die Lemniskarte Agnes Binek, Sophie Wilhelmine, Karl Moritz Wilhelm, Friederike Siegesmunde, Lemniskarte, Karl Friedrich Heinrich von Wedel, preußischer Generalleutnant. Seine Enkelin, Tochter von Moritz Wilhelm, Marta von Pritwitz und Gafron war die erste Ehefrau des K. U. K., Generalmajors Gustav von Gürz und Astein. Orden und Ehrenzeichen Purlimerit am 24. September 1792. Roter Adler Ordeni, Klasse am 10. Oktober 1807. Roter Adler Roter Adler